Das hat der chinesische Film bisher noch nicht geboten. Abgründe hinter dem Bambusvorhang. China in seiner ganzen Brutalität, seiner Realistik und seiner Romantik. Ein Film wie ein Schwerthieb. Geft ihr? Geft ihr? Aaaaaaaaah. Dann schau! Aaaaaaah! Ein Film, gewaltig wie ein Taifun, der erbarmungslos alles vernichtet. Ein Vulkan der Grausamkeit. Ein Film, gewaltig wie ein Taifun, der erbarmungslos ist. Dork! So, nun reicht es. Das Vorspiel ist zu Ende. Vergessen Sie, was Sie bisher gesehen haben. Was Sie hier sehen werden, übertrifft Ihre Vorstellungen. Und nur stärkste Nerven überleben das Ende dieser Filmsensation. Untertitelung des ZDF, 2020